Ja, ich mache das Amt als Ortsvorsteher jetzt schon seit 24 Jahren und es mag mir Spaß immer noch und ich habe mich entschieden jetzt, wo ich nicht mehr im Berufsleben stehe, noch mehr Zeit in dieses Amt und in den Stadtteil zu investieren. Ich bin gut vernetzt innerhalb des Ortes. Die Aufgabe laut Gemeindeordnung ist, der Stadt und dem Stadtrat die Beschlüsse des Ortsbeirates zu erläutern. Ich glaube, das ist eine meiner Stärken, weil ich auch schon sehr lange im Stadtrat bin, deswegen überparteilich das zu handeln mit meiner Erfahrung, mit meiner Sachkompetenz, denke ich mal, das zeichnet mich aus und ich würde mich freuen, wenn ich es weiter machen dürfte. Dreiß wurde vor 50 Jahren eingemeindet und da gab es schon die CDU oder nur die CDU und das gab schon Jahrzehnte vorher. In den letzten 50 Jahren hat sich auch nichts geändert und wenn wir jetzt einfach mal wollen, dass in Dreiß etwas passiert, dann wäre es mal Zeit für einen Wechsel und dann würde ich sagen, wer einen Wechsel haben will, der muss oder der sollte dann mich einfach wählen.